okay dann gehen wir jetzt zurück equippen uns und dann werden wir den ersten turm machen keine ahnung was uns da erwartet tatsächlich so kann man das hier sortieren nach ok er ist forstmeister hier ist handwerksmeister isolierung foul pelz endlos marken t fand es leider down dann immerhin auch die frohnatur mit der dream immer noch mit schlammschluss und windschneider ok ist sehr gut läuft doch dann holen wir uns noch hier das schild und dann noch morgen und dann können wir loslegen schon mal noch einen normalen bogen weil wir können eh noch nicht so nicht so viele machen so viele feuerpfeile aber ich kann mir glaube ich noch einen zweiten baseballschläger können wir uns auf jeden fall holen als möglich steht für ein team ist durchgehend draußen zu bleiben um die schutzhilfe zu leisten was brauchen wir dafür okay wie machen wir das da das ist ja cool ermöglicht es daydream wenn es im team ist durchgehend draußen zu bleiben das heißt ich kann dann zwei pols gleichzeitig rufen das wohl ich bin auch gerade annie das kann nur von vorteil sein gleich das ist schon ziemlich witzig alles ne das geht mir schon ziemlich gut ab muss ich sagen macht mega spaß so jetzt testen wir das mal tatsache er ist draußen sehr cool der baseballschläger noch ja wieder was gelernt sehr cool sehr sehr cool das hier machen wir alles in die kisten eisdrüse da ist schon eine eisdrüse dann kochen wir mal hier noch was alter 300 stück man kann so viel mal nicht machen machen wir mal 100 dann haben wir auf jeden fall genug machen wir so oder so haben wir so oder so dann bin ich eigentlich ready den knüppel hier noch auszuwählen so das hier machen wir mal raus dass wir nur zwischen knüppel und dings machen können ebenso jetzt und jetzt boxpacks füttern süß befehl zum angriff einstellen dasselbe ziel wie ich angreifen so können wir jetzt zu zweit rein oder geht das nur alleine turm des rhein sind die cards ok ich glaube ich hätte auf sich warten müssen ich versuche noch mal raus zu gehen ich dachte ich könnte wenn ich wenn ich betrete dich einladen als sehr coole cutscene ok krass ok kannst du jetzt hier rein joinen oder ok der hat mega viel xp hier ruckelt es ach du scheiße ich sehe nichts leute aber was ruckelt jetzt das ist ja ach du lieber gott leute ja die frage also ich das wäre schön und gut gewesen aber wieso hat das jetzt gerade so geruckelt ich mach das mal hier auf niedrig ich weiß nicht ob es jetzt am server gelegen hat oder an mir das war ja ärgerlich ok liegt alles hier draußen ok es lag natürlich an mir ok dann machen wir mal auf minimal so dann gehen wir nochmal rein können wir machen es zusammen das kriegen wir hin wie kann man das zusammen machen okay Das war's für heute. Das ist eine coole Cutscene, das muss man einfach immer gucken. So, okay. Geht. Geht zu zweit. Okay, wir müssen hier nur kiten. Ja, das krieg ich mal hin. Okay. War einfach nur ein bisschen kiten hier und schon geht das. Okay, das ist einfach nur ein gezielter Schuss. So, die Pokémon so zurückfordern ist auch taktlich ganz gut. Die Dark Souls Rolle. Ich habe keine Pfeile mehr, okay. Die ging da sehr schnell kaputt. Okay. 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 Jetzt wieder zurück. meine paul sind gleich alle tot ich habe akku das ist geil wenn paul im fokus ist kann man den einfach zurück rufen und dann geht das nicht angriff wow weil das ist so mies hilfe du musst dich wiederbeleben du musst dich wiederbeleben alter das war knapp danke schön alter du bist du bist ein gott du bist ein gott das war eine knappe nummer oh mein gott das war eine wilde fahrt das war ein gott